Ich danke dir, Dieter. Tschüss. Moin zusammen. Hallo, schönen guten Tag. Hier sind Carsten und Hermann, die sich immer gegenseitig ins Wort fallen. Ich bin heute zu Besuch bei Carsten in der Heimat, nämlich im Teutoburger Wald. Denn Carsten ist nicht nur einfach Carsten und ein guter Freund von mir, sondern Carsten ist auch... Der Eulenmann. Ja, das war sehr schön. Genau, Carsten hat 2017... War es schon fünf Jahre her. Fünf Jahre her, Wahnsinn. Den Fritz-Pölking-Preis mit einer Serie über Schleiereulen gewonnen. Und damals hat dich das NDR begleitet. Genau, als der Preis mir überreicht wurde, sind die auf mich aufmerksam geworden und haben dann so eine halbstündige Doku über mich und die Eulenfotografie gedreht. Die würden wir euch natürlich super gerne jetzt verlinken. Leider ist es aus irgendwelchen Gründen gerade nicht mehr bei YouTube zu sehen. Solltet ihr aber in Zukunft mal über dieses Video irgendwo stolpern dann unbedingt ansehen, denn das ist sehr empfehlenswert. Wir sind gar nicht weit weg von mir zu Hause. Da hinten 500 Meter wohne ich und hier 100 Meter weiter ist eine wunderschöne Streuobstwiese mit ein paar alten Kirsch- und Äpfelbäumen drauf und einem Steinkauz. Und dass der da wohnt, das weiß ich schon seit Jahren, weil ich die Röhre, in der er wohnt, selber aufgehängt habe vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren. Und seitdem ist der Platz regelmäßig besetzt und eigentlich bin ich da jedes Jahr am Fotografieren. Die sind einfach so niedlich und kuschelig und puschelig, die Steinkäuze, dass man irgendwie jedes Jahr wieder von Neumann fängt. Und genau jetzt dieses Jahr hat mir Carsten gerade ein Foto geschickt. Letzte Woche war das. Wir blenden das mal hier kurz ein. Und als er mir das geschickt hat, habe ich natürlich gedacht, oh Gott, das muss ich auch nochmal sehen und fotografieren. So ein schönes dunkles Foto, nur so ein Auge hoffentlich von so einem Steinkauz. Das wäre es. Ja, ich habe versucht, ihn daran zu gewöhnen, dass ich ganz nah an ihn rangehen kann. Also ich habe da so eine schöne Sitzwarte angebracht, einen schönen alten Pfahl mit so ein paar rostigen Nägeln drin. Sieht ziemlich schick aus. Und ich habe mich immer näher rangearbeitet und ich konnte am Ende aus drei bis vier Meter Entfernung einfach den Kauz da sitzen, sehen und fotografieren. Das ist natürlich ziemlich cool. Okay, jetzt kann ich hier nicht mehr. Jetzt müssen wir dahin. Drei Meter Steinkauz. Alles weitere besprechen wir dann da vorne. Los geht's. Wir sind jetzt hier an der Obstwiese. Gleich daneben ist ein Spargelfeld und wir setzen uns auf den Spargelacker und fotografieren rüber auf die Obstwiese. In der Reihe Bäume hier, in dem dritten Baum, da hängt die Niströhe und da brütet der Vogel die letzten vier Jahre hintereinander. Und naja, ich habe, als ich angefangen habe, dieses Jahr zu fotografieren, war ich erst mal ein paar Abende hier, um einfach zu gucken, wie verhält sich der Vogel. Und dann gab es so ein paar Stellen, wo er unheimlich gerne immer wieder gesessen hat. Und jetzt werden wir diesen einen Pfahl von dieser hässlichen Weide, hier von dieser Weidebezäunung, rausnehmen, damit er sich da nicht hinsetzen kann. Und stattdessen setzt er sich dann nebenan auf den Lieblingspfahl des Fotografen, der mit den rostigen Nägeln. So, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir jetzt hier möglichst viel vorbereiten, damit wir vor Ort gar nicht so lange brauchen. Einfach hingehen. Hingehen, hinsetzen und Ruhe haben. Ganz schnell dazugriffen. So, also müssen wir jetzt hier die Sachen vorbereiten. Das Foto, was du mir geschickt hast, was wir uns eben schon angeguckt haben, wie viel Millimeter Brennweite war das? Das waren 800, das 400 Millimeter Objektiv mit dem Zweifachkonverter. Ja, weil das finde ich schon richtig cool, dass es so unglaublich nah dran ist. Und deswegen habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar würde ich gerne mit 1600 Millimeter fotografieren. Eigentlich ja eine schöne Sache mit zwei Zweifachkonvertern hintereinander. Leider kann man diese beiden Zweifachkonverter nicht hintereinander machen. Genau, altes EF-Bajonett und RF-Bajonett. Ich kann es aber jetzt zusammen machen. Ich habe da nämlich mal was vorbereitet. Ich habe gestern, vorgestern war es bei einem Kumpel am Küchentisch, irgendwie ganz schnell einen am Kopf gekriegt und meinte, jetzt muss ich das mal eben machen. Und habe mir so einen Adapter hier so konfiguriert, dass man die beiden jetzt hintereinander machen kann. Wie das aussah, gucken wir uns mal eben an. Ein Zweifachkonverter, zwei Zweifachkonverter, Vierhunderter und los geht's. Was haben wir jetzt für eine Blende? Zwei, acht, fünf, sechs, elf. Ja, ist doch sauber für 1600 Millimeter. Top. Ich bin gespannt. Los geht's. Der eine oder andere fragt sich sicherlich, warum sitzen die überhaupt in einem Zelt? Naja, und so ein Steinkauz ohne jegliche Deckung fotografieren, das haut nicht hin. Die sind zwar an Menschen gewöhnt und auch ziemlich tolerant der Annäherung von Menschen gegenüber, aber mich hier einfach auf das freie Feld oder auf die freie Wiese setzen, das funktioniert nicht, dann kommt der nicht. und am besten ist es, wenn ich irgendwie so einen Standort habe, wo keine anderen Leute umherlaufen, dann kann ich ein Zelt aufbauen, kann es einfach über Tage, Wochen stehen lassen, so dass das richtig für den Vogel zum Bestandteil seiner Landschaft gehört und dann nimmt der hier überhaupt gar keine Notiz mehr von. Und während wir jetzt hier gerade sitzen und warten, ich tippe, wie lange müssen wir noch warten, eine halbe Stunde oder sowas? Wenn es gut läuft, ja. Ja, eine halbe Stunde, eine Stunde. Das gibt euch jetzt ideal Zeit, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr noch mehr praxisnahe Tipps wie das eben bekommt und in Zukunft auch weiter schöne Eulenfotos unter anderem von diesem jungen Mann sehen könnt. Hahaha. Musik Das war doch wirklich ein cooles Erlebnis, so nah an dieser Eule zu sitzen, unfassbar, also auch wie die wirklich alles irgendwie erkennt, was im Tarnzelt abgeht, man macht so eine ganz kleine Bewegung und zack geht der Kopf irgendwie auf einen drauf. Ja, sehr aufmerksam und gleichzeitig ist es irgendwie egal, dass wir nur vier Meter weg sitzen. Hammer, also das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, vielen Dank Carsten fürs Mitnehmen. Wenn ihr selber mal irgendwie Interesse habt, hier bei Carsten rund um den Teutoburger Wald Ollen zu fotografieren, wir machen dazu auch einen Fotoworkshop, der in diesem Jahr ist jetzt schon ausverkauft und auch schon um, aber für das nächste Jahr sind jetzt gerade die neuen Termine bei uns auf der Internetseite online gegangen. Guckt da gerne mal vorbei, verlinken wir natürlich auch, wir würden uns freuen, euch da zu sehen. Und eine Sache müssen wir auch noch mal ganz kurz festhalten, das hier hat ja mal wohl so unglaublich gut funktioniert. Ja, ist echt erstaunlich, also Blende 11 und dann so der Autofokus noch schnell, hervorragend. Und so scharf auch, also Wahnsinn. Also in diesem Sinne, nachbauen lohnt sich, aber bitte auf eigene Gefahr. Ich würde sagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und wir trinken jetzt ein Bier, oder? Zwei. Zwei, gut, alles klar. Tschüss. Macht's gut, ciao. Ciao.